Musik. Eigentlich ist es immer unfair, wenn man als der danach auf seinen Vorredner eingeht, weil der darauf nicht antworten kann direkt. Aber ich muss eine Sache sagen, Herr Dr. Wadenfuhl. Ja, die Bundesregierung hat erkannt, dass in den letzten 16 Jahren Fehler gemacht worden sind. Und die korrigieren wir jetzt mit der neuen Bundesregierung. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das Richtige. Und darauf bin ich stolz, dass unser Bundeskanzler und unsere Bundesverteidigungsministerin die richtigen Entscheidungen treffen werden. Unter anderem Euphor Altair, ein Mandat, was 2012 beendet wurde, was wir wieder aufnehmen werden. Deshalb, der Bundeskanzler ist auf einem richtigen Weg. Er macht es genau so. Wie Sie merken, mit dem Beginn der neuen Bundesregierung weht ein neuer Wind auch im Deutschen Bundestag. Die Region bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit, so häufig wie jetzt. In der Anfangsphase wurde der westliche Balkan nicht thematisiert. Mit der neuen Bundesregierung werden wir entsprechende und wichtige Beschlüsse treffen, damit Albanien, Borsten-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien wieder eine Perspektive bekommen. Und das ist ebenfalls der richtige Plan der neuen Bundesregierung. Es ist richtig, es sind kleine Länder im Südosten Europas, über die wir heute sprechen. Aber sie sind keinesfalls unbedeutend. Oftmals werden diese Länder und die gesamte Westbalkanregion als Rand, als Hinterhof Europas dargestellt. Meine Damen und Herren, Südosteuropa der Westbalkan, das ist nicht der Hinterhof, sondern Innenhof Europas. Und als solcher fundamental wichtig für Frieden und Stabilität, wie auch Sicherheit auf unserem Kontinent. Knapp vier Monate sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vergangen. Ein Angriffskrieg, der uns auch vier Monate später noch zutiefst erschüttert. In enger Absprache mit unseren internationalen Partnern haben wir klar gezeigt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir haben eine Zeitenwende ausgerufen und diese bedeutet aber auch eine Zeitenwende in der deutschen Westbalkanpolitik. Die Europäische Union ist dabei eines der wichtigsten Friedensprojekte der Geschichte, ein Garant für Frieden, Freiheit und Fortschritt ihrer Mitglieder. Es liegt deshalb in unserer Verantwortung, die Annäherung des Westbalkans an die EU nun tatkräftig voranzutreiben. Jetzt ist der historische Moment da. Wir müssen die Westbalkanländer auf ihrem Weg in die EU unterstützen. Das hat unser Bundeskanzler heute deutlich gemacht. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Das zeigt sich bereits heute. Drittstaaten wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate und eben auch Russland haben längst die Zögerlichkeit der EU als geostrategische und wirtschaftliche Chance erkannt. Seit Jahren bauen sie ihren autokratischen Einfluss aus und füllen das Machtvakuum, das die EU in Südosteuropa hinterlassen hat. Es sollte uns beunruhigen, wenn in St. Petersburg Staatspräsidenten aus der Region hofiert werden und von freundschaftlichen Beziehungen gesprochen werden. Genauso sollte es uns beunruhigen, wenn der russische Botschafter in Bosnien-Herzegowina dem Land drohen, sollte es der NATO beitreten. Noch ist es nicht zu spät, aber wir müssen jetzt aktiv werden. Es ist nicht nur der Krieg in der Ukraine oder das Zurückdrängen dieser Drittstaaten, welche das momentane Opportunitätsfenster begründen, sondern auch die Zustimmung der Bevölkerung. Noch befürwortet eine Mehrheit der Menschen auf dem westlichen Balkan einen EU-Beitritt. Obwohl sie lange, teilweise zu lange warten mussten, sind sie immer noch überzeugt von diesem Friedensprojekt. Um es mal ganz klar zu sagen, ohne schnelle Fortschritte bei den EU-Beitrittsverhandlungen wird diese Zustimmung aber zur EU auf dem Westbalkan kippen und der europäische Geist erlöschen. Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist Nordmazedonien. Auf dem Weg in die EU hat das Land 2019 einen strittigen Namensstreit mit Griechenland beendet. Was kam ein Jahr später, als es darum ging, Albanien und Nordmazedonien für Beitrittsverhandlungen zuzulassen? Es gab eine Blockade von Bulgarien. Und diese Blockade, dieses Blockadeverhalten ist nicht nur absurd, sondern sie schadet der ganzen EU. Deshalb müssen wir daran arbeiten. Und deshalb begrüße ich die Vorschläge unseres Bundeskanzlers, die Entscheidungsfindung innerhalb der EU zu reformieren und die EU-Erweiterung in Südosteuropa wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Nicht zuletzt durch seine Reise in die Region hat Olaf Scholz, Christine Lambrecht und auch Annalena Baerbock gezeigt, welche hohe Priorität die Erweiterung für die Bundesregierung hat. Auch das ist Teil der Zeitenwende. Zeitenwende, das bedeutet Wandel, den es zu gestalten gibt, in dem wir entschlossen und auch etwas wagen. Was dies für den Westbalkan konkret heißt, möchte ich nochmal skizzieren. Erstens. Bosnien-Herzegowina sollte den EU-Kandidatenstatus erhalten. Zweitens. Visa-Liberalisierung für den Kosovo. Drittens. 2012 laufen die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro. Das braucht wieder neue Dynamik und schnelle und sichtbare Fortschritte. Und viertens. Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien beginnen. Das ist der Plan der Bundesregierung. Und darauf können wir als Deutscher Bundestag stolz sein, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten, dass wir schon beim morgigen EU-Gipfel unter Beweis stellen, dass die EU glaubwürdig und handlungsfähig ist. Lassen Sie uns die Westbalkanstaaten endlich in die Europäische Union, in die europäische Familie aufnehmen. Noch schlagen die Herzen auf den Westbalkan für die EU. Noch ist es nicht zu spät, aber wir müssen jetzt aktiv werden. Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, Frau Außenministerin, liebe Annalena Baerbock, wie Sie lesen, hören und spüren können, gibt es eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag, die Ihren Kurs unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden. Jetzt ist der historische Moment da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die AfD hat das Wort Dr. Harald Weil.